Wir möchten in dieser Ausstellung zeigen, wie sich Venedig im 19. Jahrhundert neu erfunden hat. Als ein kultureller Machtfaktor. Nicht nur als politischer oder wirtschaftlicher Faktor, sondern als kulturelle Großmacht. Und zwar als Projektionsfläche für Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa. Und das funktioniert dadurch, dass Venedig die einzigartige Topografie hat und diese in den Bildern ständig präsent ist. Das funktioniert aber auch dadurch, dass es in den Dichtungen, in den literarischen Werken immer wieder aufscheint, in unterschiedlichen Rollen. Und Venedig wird dann auch zum Akteur in den Filmen. Also Venedig erfindet sich als kultureller Player in einem europäischen Konzert. In dieser Ausstellung zeigen wir einerseits die Künstlerinnen und Künstler, die in Venedig selber gearbeitet haben. Das sind Venezianerinnen und Venezianer. Aber auch Künstler, die Venedig besucht haben, die hier geblieben sind und sich hier inspirieren haben lassen von Venedig. Wir zeigen aber auch ein Bild, ein möglichst authentisches Bild der Stadt. Die neue Erfindung Venedigs besteht auch darin, dass im 19. Jahrhundert das Bild der Stadt gleichsam kreiert wird, das wir auch heute noch von der Stadt haben. Das bedeutet einerseits die gewisse Musealisierung der Stadt, die schon im frühen 19. Jahrhundert beginnt. Denn ab 1797, als napoleonische Truppen die Stadt besetzen, wird nichts mehr gebaut. Venedig bleibt gleichsam unter einer Glaskuppel. Es kristallisiert sich, es wird nichts mehr verändert.